Die Flugzeit nach München wird ungefähr eine Stunde und fünf Minuten getragen. Schneiden Sie sich jetzt bitte an und ziehen Sie den Gurt fest. Schalten Sie bitte Mobiltelefone und andere Geräte mit Sendefunktion entweder in den Flugmodus oder vollständig aus. Weitere Informationen zum Gebrauch elektronischer Geräte an Bord finden Sie im 5. Magazin. Gemeinsam mit meinen Kollegen wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns am Bord. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Anja von Riener, ist die Person auf der Seite. Es ist mein Glück, dass Sie heute mal wiederkommen sind, Herr Captain. Die Flugzeitzeit in München wird ungefähr eine Stunde und fünf Minuten. Bitte fassen Sie sich die Flugzeitzeit an. Diesmixer mit Ihrem Mobiltelefon und allen elektronischen Geräten mit Sendefunktionen an dieser Switch-2-Flight-Move oder Switch-Dumpen komplett weg. Wenn Sie mehr über die elektronische Geräte an Bord nutzen möchten, bitte folgen Sie die Informationen in Ihrem Luftdessen-Nagazin. Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen einen schönen Tag an Bord. Meine Damen und Herren, nur noch ein paar Hinweise zu Ihrer Sicherheit. All right, ladies and gentlemen, we would now like to create with our safety procedures. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitzgut schließen und öffnen können. Your seatbelt is fastened and I'm fun like this. Jetzt möchten wir Sie noch mit dem Gebrauch der Sauerstoffmassen. Hör drauf machen, now we'll show you how to use saugische Masse. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmassen aus der Kabinedinke. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sicher runter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streiken Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach heben Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Im Bereich Ihres Sitzes finden Sie eine Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Bitte bringen Sie sich besonders die Lage der Notausgänger ein. Diese sind deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchttreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Meine Damen und Herren, zur Vorbereitung des Starts möchten wir Sie nur noch bitten, gegebenenfalls die Rückenlehnen wieder senkrig zu stellen, die Tüsche vor sich zurückzuklappen und auch die Fensterblenden zu öffnen. Meine Damen und Herren, da während des Fluges jederzeit unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie aus Sicherheitsgründen verpflichtet, sich abzuschneiden, sobald Sie uns ins Platz eingenommen haben. Dies gilt auch dann, wenn während unseres Reiseproges die Anschneidzeichen ausgeschaltet sind. Meine Damen und Herren, als Turbulenzen kann es nicht erwähnen, at any time you are requested to have your seatbelt passend whenever you are seated. This also applies if the seatbelt signs are switched off. Ich möchte mich um die Stürmerrücken sehen, ob es nicht mehr als Schiff geht. Ich möchte dich verhandel sein, ob es sich umbedenken, so sind Sie noch einmal zu verabschieden. Und Sie sehen, dass es um die Abenteuerung forwarden Sie, ein bisschen mehr, ja. Vielen Dank. Ich möchte mich an, dass Sie uns nicht mehr von uns geilen, wie auch die Abenteuerung vorlegen und wir uns was schon mal der Spelgemeinde, und ich möchte mich auch gleichern, aber ich möchte mich auch an, dass ich Sie den heutigen Tag, dass er ein paar Zirrücken haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020